Meine Damen und Herren, es ist wieder soweit. Eine neue Ausgabe von Die Perfekte Frau. Ihr Frauen, ihr Multitasking-Megamovers zwischen Mutterschaft, Mikrowelle und Meeting. Nele, Susanne, Nele, Susanne. Was für eine Frau bist du? Frau sein ist auch andere Werte. Andere Werte erfüllen auch die Seele und die Gefühle. Was mich wütend macht, ist wenn ich Frauen treffe, die nie ihr Potenzial entdecken konnten. Meine Gefühle lasse ich einfach raus. Gefühle festdecken, sowas mache ich nicht. Und ich fühle mich wohl als Frau. Und darum geht es eigentlich. Dass ich auch ich selbst sein kann und sage, dass ich wirklich bin. Und das heißt, eine Frau in mir. Frau zu sein, heißt so viel. Und jede von uns muss für sich herausfinden, was es bedeutet. Amen. Amen. Vielen Dank.